Jetski-Fahrer! Ok, wo ist letztlich? Zum Flughafen, glaube ich, ja genau. Ist ja gut jetzt, echt schön über den Jetski-Fahrer vorher geflogen. Oh man, mit dem Auto kann man richtig Spaß haben, glaube ich. Das ist mein Auto. Ich finde es vor allen Dingen behindert, dass... Weißt du, die haben die Basis jetzt hier mitten in den Busch reingesetzt, aber keine Straße gemacht, dass man da hinfahren kann. Man muss immer durch den Acker fahren. Läuft der so langsam, der Arsch, Alter? Genau. Oh Gott, ernsthaft? Oh man, ich... Möchtet ihr euch hier mal mitfahren? Nein, gut, okay. Ab geht's. Wo müssen wir denn hin? Ach, das Auto fährt bestimmt, ne? Schön blauen Punkt, denk ich mal, ne? Ne, warte, die Autos fahren nicht. Aber das ist dieses fliegende Auto, Daniel, was du jetzt gleich fährst. Es fliegt nur nicht. Oder es ist jetzt umgebaut für die Mission, weil ich hab's ja gerade eben geklaut und musste nur die Farbe ändern. Also ich hab da nichts eingebaut oder so. Boah, Alter, ich hab's ja nur mit der Steuerung geklaut. Ach, hier den Berg jetzt hoch ist mir so blöd, Alter. Du meinst, ich fahr jetzt die Straße leicht, fahr jetzt auch hier hoch. Oh, oh, oh! Ich hätte doch besser wieder die Vigilante genommen. Oh! Hast du dir die denn geholt, Daniel? Welchen? Die Vigilante. Nein, Wasser! Scheiße! Nein! Also ich verarsche, ich lieg im Baum. Hochmittel! Ich lieg tatsächlich im Baum. Ah, okay. Vigilante, was ist das? War das noch mal feiner? War das noch mal feiner? Ja, ja, den hab ich schon noch nie. Oh, oh. Ich kann mich nicht drehen, Alter, ich liege im Bach und kam mir... Nein, 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 nein! Bisschen Wasser? Wie schwach war das denn jetzt? Ja, aber auf Kopf. Alter, mein Auto liegt im Bach auf dem Kopf, oder? Das ist das Pferd, komm am Stream, Alter, es fährt, es rutscht einfach den Bach runter. Ist das geil? Ich steig mal bei dir ein. Wie ist das denn? Alter, Falter, das ist das... Ah, Daniel hat mich schon aufgegriffen. Ja, ja, ich, äh... Ich stell mich jetzt auf Hilfe. Ja, äh, ja, wär ganz gut. Vor allen Dingen, weißt du, die zwei... Ich muss aber im Bach rüber. Ich komm da nicht rüber, Alter. Vor allen Dingen, weißt du, die zwei, die das Auto ausgewählt haben, haben beide das Auto zu Schrott gefahren, weißt du? Und der, der das Auto nicht ausgesucht hat, fährt gemütlich hier rum, Alter. Und ich komm ihn nicht hoch. Oder? Doch, jetzt. Ach. Ich steig mal hinten ein, ne? Hast du eigentlich gemerkt, dass dein Auto kratzt an der Seite? Äh, ich hab ein paar Putzeballe gerade in mir. Und Daniel, ich hab auch zu zerstören, ne? Ich versuche auch diesmal nicht zu sterben. Muss ich wieder eine A fahren? Ja, kein Ding. Oh, das steht da noch, Alter, Alter. Oh, was war ein? Du bist über die Tür. Jetzt fahr doch. Digga, wir müssen warten. Warum musst du warten? Der muss auf dem Auto sitzen. Ich hab's doch los. Haar doch! Das geht schon wieder gut los, ey, herrliche. Oh, mach so. Wow! Aber hoffentlich sterbe ich jetzt, ich hab nur eine halbe Energie, ey. Ja, lass mich vor, ich hab alles voll. Ja? Hast du das Nex gefressen, oder was? Äh, ja. Was so. Da, 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 da! Da, 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 da! Puah, da, da, da! Oh, was. Kann man auch die zweite Hacken? Also, ne? Ne, ich kann nicht hacken, du hackst schon, ne? Oh fuck, ich bin gleich tot. Dann geh weg, da. Aber Hauptsache sagen so, ich hab voll d'Energie, ich mach das schon. Ich kann ein Ziel nicht hacken, ich kann das Handy gar nicht aufmachen. Jo, hab ich. Kannst zerstören. Masha gerne. Tschetski-Fahrer! So mehr, du Bugsalter! Okay, wo bist du jetzt hin? Wir müssen jetzt hin. Zum Flughafen, glaube ich. Ja, genau. Das war gut jetzt, ey. Schön über den Jetski-Fahrer drüber hergeflogen. Oh Mann, mit dem Auto kann man richtig Spaß haben, glaube ich. Ich hab nicht schon gedacht, ich müsste mal auf dem Flugzeug landen. Das wollte ich ja gerade machen, aber... Wow, 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 wow! Ich wollte eigentlich oben gerade die Reifmaus klappen, ey. Komm, warte, und? Wir sollten das Ding noch hacken zwischendurch. Juhl! Nein, 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 hoch hoch! Woah! Ich hab auf dem Flugzeug nicht unterm Flugzeug, Mann. Oh, 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 oh! Juhl! Oh, oh, oh! Heckt der Ding schon jemand? Ja, ich. Woah! Woah, was macht der denn? Was macht der denn? Was macht der denn? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Mann, oh, oh! Hattest du auf das Ding geschossen? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Häckt der Ding schon jemand? Ja, ich. Woah! Woah! Woah, was macht der denn? Hast du auf das Ding geschossen? Nein! Was war das denn, Mann? Was hat der denn gemacht? Ich hab... Ich war auf dem Flügel, ich war hinter dem Flügel drauf, das Ding. Oh, wie geil, Alter! Oh, nein, Alter! Ich bin so auf dem Ding aufgeflogen, aber kippt der so nach rechts. Was macht der denn da, Alter? Oh, Mann, Alter! Der wollte ne Rolle machen, Alter, hat nicht so geklappt. Oh, nee, ich kippe die noch. Wie geil das doch, der denn? Ich denke, was macht der denn da? Ja. Ja. Er landet. Ja, sieht gut aus. Das war eigentlich hinten runterfällt. So, und jetzt? Haben wir jetzt Schalldämpfer drauf, oder was? Oh! Wenn ihr es selber drauf hast, dann ja. Wollen wir das jetzt machen? Wir müssen jetzt irgendwo hier rein, glaube ich. Na, hier steht irgendwo, wir sollen die Leiter benutzen. Benutze die Leiter? Ach, hier hat's ne Leiter. Hier. Hier ist ne Leiter. Ich leider mach ne Leiter nochmal runter. Langsam hinlaufen. Ja, Hauptsache meiner fällt da runter. Wie war das mit langsam hinlaufen? Meiner ist einfach runtergefallen, Mann. Wir sind beide runtergeklettert. Ja, meiner ist auch runtergeklettert. Sagen wir jetzt einfach mal. So. Okay, warte, ich muss eben kurz hier... Das Ding ist... Oh, was machst du denn? Echt? Ich bin ja nicht rausgesprungen. Ist automatisch. 100! O denn? Ex mentale. Es kannst du besonders traessä. Nur mit Plattformen zu dem TSM. Kannst du auch gerne nutzen? Das ist dein TripTik. Oh, wo? Wo bist denn du dahinten? Alter? Wo ist das denn? Fox NObosantiESE Oh, was machst du denn? O ich warte 조금. Wo kannst du den Lнимmbre migrate! Machst du die Leiter mit! Er landet, springt er aus dem Ding raus und fliegt voll in den Rotor rein Wie geil ist das denn, das sah gut aus Na gut, ich bin jetzt so Ich will fliegen, ich will fliegen, ich will fliegen Komm noch, Helikopter Ich will fliegen Nächster fliege ich, komm mal rein So, was? Ich hab's dann wieder holen, warte mal Aua Ob ihr es noch gehabt, der eben geflogen ist, könnte der Pilot von 9-11 Ja, da hat einer geschrieben, der, der eben geflogen ist, also praktisch du, könntest auch der Pilot von 9-11 sein Ich stürze, ne? Nein, nein, das geht noch Boah Nein, nicht raus springen Warum springst du denn raus? Er springt schon wieder raus, ey, was ist denn da los? Oh, jetzt steigt der wieder aus Du kannst ihn nicht mitnehmen mit irgendwelchen Sachen, die fliegen, der steigt sowieso mal aus Da wird er doch gleich gewarnt, wenn wir in der Luft sind, Alter Ich komme jetzt noch nicht drauf klar, eben fliege wir mit dem Avenger, er springt raus und fliegt voll durch den Rotor durch Und anschließend fliege wir zurück zur Basis, der springt auch wieder raus, ey, das ist so geil Ja, und sonst so? Ja, ist gut, ne? Und selbst? Ja, wie das aussieht, wenn du da in der Stadt so rumschleuderst, ey Rumschleuderst Womit seid ihr denn unterwegs? Auch mit dem DeLorean? Ne Ein paar Stunts machen hier Schaffst du auch ein Seitwärtsalto? Ne, ne Was? Ich habe gesagt, kannst du auch ein Seitwärtsalto? Oh, nein, 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 nein Tschüss, tschüss, tschüss Hat nicht so funktioniert, Alter Ja, das habe ich gesehen Das hat nicht so ganz hingehauen Ja, jetzt stecke ich komplett fest Sie steckt fest Ich stecke hier fest Warte, der DeLorean kommt Ansonsten reisen wir kurz eine Zeit zurück Und dann Ihr neues Modell Deluxe ist jetzt in der Basis angeliefert worden Na, sowas schön Alter, ich stecke hier fest, Mann Ich würde gerne rausheben Aber ich weiß nicht wie Dann müsste ich erst mal Nee, Gargobob schäfte ich nicht Das Problem Oh, weil Ach, Gott Das Verrückte ist mit dem Gargobob Ganzen Panzer heben Aber nicht mal einen Insertion Wer hat denn hier Bullen schon wieder? Ich nicht Dann machen wir raus Mach du Scheiße Was ist? Ich komme raus Ich komme raus Ich aber nicht Ich komme ja nicht Ich rutsche direkt wieder Oh, Mann, der ist fast kaputt, Alter Ja, geil, Alter Boah, Alter, wer kommt da denn angerätzt, Alter? Ich kann jetzt mal versuchen mit dem Gargobob, aber ich weiß nicht, ob wir den hochkriegen Warte mal, ich hole noch ein Auto Er schiebt den rein, Alter Er hat den reingeschoben ins Loch, Alter So, warte mal Warte mal Oh, nein Das hat es gebracht, aber Ja Ja, ja Ja, gib Gas, gib Gas Doch, gib Gas Hallo Ich liege Was? Ach, diese Bullen Ja, jetzt habe ich die gerade Was ist denn hier raus? Jetzt stecke ich hier fest Die bringen mich jetzt um Ja, komm her Wir sind hier Warte, ist egal Kommt ein Hutschrauber Ich hoffe, das bist du Hutschrauber Oh, Leute Ich komme hier nicht raus Riss, steig bei mir am Hutschrauber ein, wenn es geht Ich komme hier raus Lass mich raus Oh, Mann Total eine Skalation hier Oh, Mann Wo fährt er denn lang? Über den Berg Ah, aber er hat es geschafft Oh, nein Oh, fuck Du suchst ja auch den besten Weg aus, um zu fahren, ne? Habe ich gerade nicht So Warte mal, komm mal Ja, Scheiße Was ist los? Nein, jetzt habe ich irgendjemanden beigetreten Ja, uns So gut Gibt es noch freizeitlich, Alter Oh, Scheiße Also, ein bisschen kann man was denken, ne? Wenn jetzt alles weiß werden Wieso hat meine Wieso bin ich in Ego-Perspektive, Mann? Ich auch Das frage ich mich auch gerade Wie ist halt die alle in Ego? Ja Ja Och nö Ich hatte eben auch so eingestellt Ernsthaft jetzt Boah, ich hasse diese Perspektive, aber Alter, Junge Ich habe eben aus der Ego-Perspektive eingestellt, aber ich meine, ich hätte das rausgemacht Wenn jemand will gar nicht bei mir ans Mg Oh, ich hasse Ich hasse Warte, steckt da hinten, sieh euch mit Warte, soll ich abbrechen? Ja, brechen, Absprecher Komm, brechen, Absprecher Alter Das ist ein Scheiß, ey Das ist ein Scheiß, ey Das macht so geil Das macht so geil Ihr steht euch doch an hier, ey, echt, ey Ich bin die anderen, ey Weiß ich nicht Ja, ja Oh Gott Oh Oh, Alter Eingeparkt Guck mal auf die Karte, Chris Mann, soll ich es wirklich spielen? Na, der ist bei mir rausgesprungen Dann habe ich auf den Video gewartet, weil ich dachte, der will wieder einsteigen Alter, kommst du mit dem Fahrrad oder was? Nein, im Auto Fährt aber nicht so schnell Oh 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 Paul 1000 jahre später da kommst du im roller ja nein bebo klappmokkel geil meine schöne vespa ja ich weiß auch nicht ich liegt nicht der fliegt nicht wo bist du da hinten alter wusstest du hast du denn anstatt er landet sprig der spricht ja aus dem weg aus die vollen roto rein hol ihn da raus muss aber die dinger runter machen muss steufer als rechts ich denke ich gucke ich gucke dass ich an weiß wenn du an der kamera sitzt von den bord geschützten system ich glaube es nicht alter ich renne nach da oben auch schön wir sind heiler angekommen ja wir laufen schon die tränen einmal von 200 steigt du mal hinten ein bei mir in einem in einem fahrzeug versammelt ist ja wir müssen uns jetzt vereinzelt ich habe gehört der sei so schallig so und da braucht man halt nur in jeter mit dem kaputt zu machen und versuchen ob du jetzt ein paar sein stein kannst ja ich habe jetzt gedacht weil ich habe zwei fahrzeuge müssen beiden fahren das kann ich nicht zurück fahrt frei von dessen schneller das auto das auch viel schneller das autofahrer mit dem auto jetzt nicht in den fahrzeugen nicht in den fahrzeugen nicht in den fahrzeugen soll ich den fahrzeugen fahr rein los steig ein oh man ein volles geheulier weiter geht hier ich kriege jetzt wieder ganz allein in den fahrzeugen ich wollte doch so gerne barrage fahren ihr müsst beide noch hier reinkommen ne ach so warte sandra warte wir können nur einfach ich habe einen auf ich es gemacht sah gut aus ja was ist das ach das ist ein stadt sein sollte und so weg da ich weiß nicht weg da ich weiß auch nicht begibt sich bis zum ende des tunnels sollte mit dem link kein problem sein eigentlich ne weiß nicht weg da mein gott darf ich auch mal was abschichten ach so ja klar ich lass euch jetzt auch ich glaube ich lass euch auch mal was abschichten ich hab grad so ein schmatz an den backen mit dem ding ne daniel schießt sowieso die ganze zeit der beste garten was ich habe schon festgeklebt in der zwei knopfe das ich auch nicht vielleicht auch nicht schießt du denn auch zwischendurch ich ja aber ich bin kein RP weil ansonsten sieht man diese 25 wenn man etwas abschieße auch nicht so jetzt dann höre ich mal auf zu schießen dass auch diese rp kriegst aber wie sagt mit dem ding auf gepanzerte fahrzeuge schießen das ist so schwierig die scheiße alter ach du scheiße alter das wird immer schwieriger alter kacke ich krieg jetzt ein scheiß laser noch da krieg ich jetzt den laser nach hinten man kommt schon ein sterben bleibt doch stimmten schritt der bleibt nicht in dieser leben noch ein leben alter fuck ein leben ich weiß was machen muss ich sehe es doch nicht jetzt sei froh krise kriegen warum geht er nicht nach hinten alter behinderter ich habe noch 9.240 kugeln also kannst du zeit lassen ich kann noch ein paar waffen ich habe noch ein paar waffen ganz ehrlich ich soll ich den laser nach der trüben kriegen ich weiß es nicht als mich gewählt ist nach der zeit daniel wir haben alle zeit der welt ja ich habe auch keine zeit aber eine minu 40 noch schön naja so ich krieg das nicht mehr dass daniel denkt dran es geht um die menschen was soll ich machen alter hatte die scheiße hier ist ein snickers jetzt mal wieder länger dauert ja ja ich habe noch 40 sekunden warum nicht also musst du dann was hast du erst mal eine kugel lenken was du eben erzählt den laser ja laser wie wie meinst du das musst du da einen weg freimachen oder laser durch kann bis dann an der punkt ankommen also ich muss ich muss noch kugeln kaputt machen aber nicht die boten weil dann verlierst du leben das ist doch eine scheiße hier doch ich kasse aus hier ja zwölf sekunden ne schau ich nicht mehr gibt du vergessen oh fehlgeschlag was ist dann wenn es jetzt gibt es zum server also ich das mal machen dann stellt man hier wo ich bin ja mach doch mein gott mein gott ziel an das terminal du vollidiot ein klar das muss ich jetzt die machen sie mit dem strahl nützt und mittel der spiegelknoten die blauen kugeln muss kaputt machen mit dem laser ja du kannst die räder oder es wurde hier hin denken willst kannst auch bewegen hey wie kann ich denn jetzt die nächste links bewegen die nächste ach so die roten muss kaputt machen oder was die roten platinen nein die blauen musst du kaputt waren die roten kaputt machst du liebst du leben nur zwei leben rum ach so ok und was ist mein ziel alle blauen kaputt machen und dann ja alle blogs kaputt machen die blauen ok und dann ja dann ist es fertig ach so war easy die verarschen das war ja mega einfach echt ich hab da nie so was einfaches gesetzt sorry Daniel also schon ich geh weiter gehts doch der heiß war cool der hat mir gefallen der der schlecht hey falsches dach ja sie ist gerade was machst du da Daniel das sieht so komisch aus wenn der an den ding mit dem an den minuten ja Among Us das ist der wissen wir wir sagen wir wir sagen bore Gut, gut, gut.